Wir sind hier aus Mundis Negres, wir sind die Augen des Mundis Glatis, das Kerl der Leid des Amesabiens. Seit Anbeginn der Zeit gibt es Gut und Böse, weiße Magie und schwarze. Wenige sind auserwählt, auf diesem schmalen Grat zu wandeln. Wenn das Gute zur Gefahr wird, muss das Dunkle sich gegen Dunkles wenden. Der Schwur der schwarzen Magierin, ihre schwerste Prüfung. Der neue Weltbestseller von Trudy Kahneman. Sonia, die Heilerin. Überall, wo es Bücher gibt.